Wir schämen uns, es war geil. Wir haben Brötchen geholt und wir geben nichts ab. Scheißegal, wie hoch der Kader ist, wir geben nichts ab. Ich will auch. Ich meine, wenig Alkohol. Mehr Alkohol für alle anderen. Geht's? Schätzchen, soll ich dir helfen? Schätzchen ist meins. Ist rosa, ist rosa. Klapp, Schätzchen, soll ich dir helfen? Komm, ich helfe dir. Ich war mal so irritiert, wie kommt bitte ein rosanes Feuerzeug in meine Hand? Wir spielen noch ein Tier in die Hand, doch unser Haus und Haus. Wir spielen noch ein Tier in die Hand, doch unser Haus und Haus. Warte mal, hier Schätzchen, warte mal, guck mal, ich geb dir noch Feuer. Ich mach's durchs Handy und dann seh ich da mehr wie du. Guck mal, jetzt hast du Feuer. Jetzt musst du nur ziehen, ziehen musst du. Ziehen, komm, ziehen. Ah, hey, fein, gut. Ja, ja, ja. Und später machen wir einen kleinen Workshop. Ich sag's nur immer wieder, Gingerbier, britische Biere, saufen. Düsseldorf, Straße, kenn ich nicht, vorbeigehen, trinken, sehr, sehr geil. Emma, Emma, Straße, 25. Hammer, der hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Streber, Eindeutig ein Streber. Der hat gelernt, ich muss hier herlaufen, Jungs. Wir haben schon eine Verbind Roll und er hinten stehen stehen. Ja, wir haben die Ersichtskosse, die Hüfte. Wir haben einen Streber, ich hab' schön. Woh, das ist jetzt noch ein kleines Erdbeeren, und wir haben den oni. Ja, das ist jetzt noch ein kleines Erdbeeren. Wir haben die Leute verprügelt. Rapid Dead War Konzert, wie war es? Das war super, das war nicht so ermüdend, wie es jetzt gerade ist. Das ist ermüdend. Das macht super, ich habe auch zwei CDs. Wenn man hier so unterwegs ist, in Düsseldorf, da trifft man die geilsten Leute, da trifft man die geilsten Leute. Der Hansen General, der Hansen General, ich werde bekloppt, der Hansen General, hier live und er. Alter. Das ist schon bekloppt. Das ist doch noch gestern. Box. Meine Damen und Herren, Metal for Mercy, das ist die Frau, das ist der Mann, das ist die Frau, das ist der Mann. Wie findet ihr hier die Veranstaltung? Die? Ja. Ja? Sehr gut. Cool. Und wo ist das, Metal for Mercy? In Witten! Witten? Witten. Witten! 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 Ich bin egal. Oh mein Gott, ja, 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 ja.